Moin Leute, Servus und herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es drei Tipps für den Morgen Mittwoch geben und wie ihr seht, sind wir auch tatsächlich mal in der Bundesliga unterwegs. Bevor wir anfangen, möchte ich dir eine Gruppe von meinem Kollegen vorstellen. Der bat mich darum, dies kurz zu tun und im Endeffekt geht es hier um High-Risk-Scheine mit genauen Ergebnissen, die er in seiner Gruppe postet. Ich packe dir einfach mal den Link dazu in die Videobeschreibung. Wenn dich solche Wetten interessieren, kannst du gerne mal bei ihm vorbeischauen. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los und zwar in der Bundesliga zwischen Amina Bielefeld und dem VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart ist vor allem auswärts sehr, sehr gut. Bielefeld zuletzt mit einem 0-0 gegen extrem schwache Hoffenheimer, da passt aktuell gar nichts. Und gegen einen Hertha, das auch absolut harmlos war. Am Ende haben wir eine Torschance, im Endeffekt 1-0 gewonnen, kann man so schön sagen. Dagegen haben wir Stuttgart, die tun sich auswärts relativ einfach. Sie spielen für den Aufsteiger eine richtig gute Saison. Gegen Gladbach waren sie auch gut unterwegs, muss man dazu sagen. Klar hatten sie ein bisschen Elfmeter-Glück, logisch. Trotzdem, 10. gegen 15. Täuscht für mich ein bisschen die Tabelle. Ich sehe Stuttgart trotzdem ein Stück weit vorne. Und an sich glaube ich, ihr seht es ja auch an der Auswärtstabelle, lediglich eine Niederlage. Wird Stuttgart dieses Spiel qualitativ einfach für sich entscheiden? Sie haben den deutlich stärkeren Kader, wie ich finde, sie haben ein deutlich stärkeres Spielsystem. Auswärts macht es wirklich Spaß, dieser jungen Truppe in der Offensive zuzuschauen. Also von daher glaube ich, hier wird Stuttgart das Ding holen. Bielefeld, ja, da fehlt es einfach in der Offensive. Und am Ende gewinnt eben die Mannschaft, die mehr Tore schießt. Und deswegen hier, der direkt sich auf den VfB Stuttgart. Ansonsten schauen wir noch in die Premier League. Und zwar gibt es da auch interessante Spiele. Und zwar am Mittwoch ebenfalls. Und zwar Manchester City gegen Ashton Villa. Wäre jetzt so ein Spiel, da ist die Quote natürlich extrem gering. Trotzdem, Man City ist im Endeffekt, ja, die gewinnen fast alles. Die marschieren aktuell wieder ein Stück weit durch. Und ja, die Abwehr ist bärenstark aktuell. Fast kaum ein Team schafft es hier wirklich Tore zu schießen in den letzten Spielen. Sie hatten Durchhänger, haben sich aber jetzt wieder gefangen. Ich meine, am Ende stehen lediglich zwei Niederlage aus 17 Spielen zu Buche. Ashton Villa ist natürlich jetzt nicht das schlechteste Team, auch auswärts nicht. Trotzdem, ja, sehe ich hier Man City deutlich vorne. Ist jetzt natürlich fraglich, pusht man damit die Kombi-Wettenquote? Schon wären wir bei einer über Zweierquote oder eben nicht. Das ist wieder so ein Stück weit die Frage der Quote. Natürlich sagt man, so eine niedrige Quote lohnt sich nicht. Aber ich zeige euch dann mal, was die Quote am Ende noch ausmacht. Und zwar das zweite Spiel ist Fulham gegen Manchester United. Bei Manchester United läuft es aktuell sehr, sehr gut. Fulham spielt sehr, sehr oft unentschieden. Sie haben lediglich zwei Siege einfangen können aus 17 Spielen. Und dann stehst du natürlich ganz unten. Lediglich ein Heimsieg gab es, während man Manchester United sieben Auswärtssiege in neun Spielen erreichen konnte. Tabellenplatz 1 steht aktuell zu Buche. Und ich glaube, aufgrund der aktuellen Form, und schaut euch den Kader an, allein wenn man die ersten Spieler hier liest, dann ist hier einfach ein gewaltiger Unterschied, wie ich sehe. Und an sich kann ich mir hier nur ein Spiel auf ein Tor vorstellen, was entweder unentschieden endet oder in Richtung Manchester United geht. Aber aufgrund der aktuellen Performance glaube ich, dass Manchester United es holen wird. Und jetzt haben wir im Grunde den Fall, wir haben hier eine 2,75 Quote. Packt ihr das Ding drauf, habt ihr schon eine 3,37 Quote im Endeffekt. Ich glaube nicht, dass Manchester City dieses Spiel unentschieden spielen wird. Das liegt jetzt in eurem Ermessen, ob ihr die Quote als Push mitnehmen möchtet oder eben nicht. Bei Bet365 bekommt ihr dann sogar nochmal einen 5% Bonus drauf. Ist natürlich jetzt fraglich. Also ich werde es mal mit aufnehmen. An sich würde ich Stuttgart nicht in die Kombi mit einpacken, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich würde, wenn dann Manchester United und Manchester City kombinieren, dann habt ihr eine 1,87 Quote. Und Stuttgart würde ich dann auf jeden Fall eher einzeln anspielen. Und das wären im Endeffekt die 3 Tipps, beziehungsweise die 2 Tipps oder der eine Tipp, je nachdem wie ihr das Ganze anspielt. Ich habe euch gesagt, wie ich es tun würde. Ansonsten wäre es das mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Ansonsten natürlich ein Abo kostet nichts. Ihr verpasst keine Tipps mehr. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Tippen. Haut rein und ciao.